hallo ich grüße dich ja hallo florian es kam in den letzten tagen ein zu einer eskalation der beziehungen zwischen russland und nahezu vor allem der usa die russland immer vorgeworfen hat eine erhebliche truppen konzentration an der grenze zu ukraine stationiert zu haben und womöglich eine invasion geplant zu haben der außenminister sprach sogar von beweisen die vorliegen würden jetzt haben sich blinken und der russische außenminister lavo wäre heute in stockholm anlässlich der osz e-konferenz getroffen da wurde eigentlich immer nur wiederholt was vorher schon immer da war also die amerikaner sagen sie würden sozusagen die ukraine hinter der ukraine stehen und es würde große kosten verursachen wenn russland militärisch vorgehe während lavo betont hat dass russland sicherheitsgarantien gerne hätte auch nicht angreifen würde es bestehe keine absicht und das halt sozusagen das hauptthema ist die nato osterweiserung zu beenden und keine neuen waffensysteme an der grenze zu russland aufzustellen aber da scheint was verhakt zu sein wie siehst du denn die situation im augenblick aus in der russischen sicht naja ich sehe es so dass praktisch die also insbesondere aus die amerikanischen medien die amerikanische regierung eben diese these von dem russischen aufmarsch predigt seit zwei drei wochen und komischerweise war es eine gab es eine phase wo kiew da gar nicht mit gezogen hat also was was man extra besprechen müsste also es hat vielleicht kann es sein dass selenz hier jetzt ganz andere probleme hat in der ukraine mit seinen gesetzen den oligarchen und so weiter auf jeden fall dann ist ist die ukraine wieder darauf eingeschwenkt und naja und dann hat putin gestern im kreml anlässlich einer eines empfangs für 20 neue botschafter aus verschiedenen ländern hat er gesagt was also sozusagen als gegen gegen schacht so sag ich mal also wenn ihr wenn ihr behauptet also so hat es nicht gesagt aber wir erwarten jetzt dass es eine juristische abmachung gibt das ist eben die keine weitere aus erweiterung der nato also moldawien georgien ukraine hat er nicht genannt aber das ist klar das geht um diese drei länder und keine stationierung von waffen die russland bedrohen können das hat er auch nicht territorial spezifiziert aber damit ist sicherlich auch vor allem die ukraine gemeint und ich meine dann hat er noch gesagt das fand ich auch interessant hat gesagt ja wir können uns ja nicht auf die nato verlassen also vor 30 jahren wurde uns versprochen keine osterweiterung der nato und das versprechen wurde nicht eingehalten und deswegen möchten wir jetzt das juristische festmachen also das ist ja eigentlich eine geste der also diplomatisches angebot in dieser zeit der haften harten wort gefechte und gegenseitigen beschuldigung ist ist es natürlich erstmal ein konstruktiver schritt und ich bin gespannt was was die us-administration und die nato dazu sagen also ob sie überhaupt das erwähnen und naja ich meine die die usa pokern ziemlich hoch finde ich also ich meine dieser blinken hat gestern in stockholm gesagt eben hatte wie du schon erwähnt das schwere folgen angekündigt sollte russland also die ukraine angreifen hat keine zahlen vorgelegt keine beweise keine fotos für diese behauptung also bis heute gibt es da eigentlich nur einfach trockene text zeilen aber keine realen beweise es gab ein paar satelliten bilder in den amerikanischen medien kurs jetzt sind die zeigen dass ein großer fuhrpark von militärischen fahrzeugen aber gut gut ist genauer ist und es war dann ist vor zwei wochen schon es war habe ich jetzt gesehen da stand in der bildunterschrift stand dann jelen das ist eine stadt die ist praktisch die liegt im smolenska gebiet 150 kilometer von der weißrussischen grenze entfernt 200 kilometer 50 kilometer von moskau und 300 kilometer von der ukrainischen grenze also das ist das kann auch ein altes foto sein dass es tatsächlich ein fuhrpark konnte man da sehen aber das ist ich meine dass nun eine ansammlung von militärgerät 300 kilometer nördlich der ukraine als aktuelle bedrohung zu bezeichnen ist irgendwie unsinnig also es hat aber nun auch die russische seite gestern oder vorgestern maria sakharova die sprecherin des außenministeriums dann noch mal sozusagen die rekturkutsche gegeben und gesagt die ukrainer würden über 100.000 soldaten an der nähe der grenze massieren und das sei doch jetzt gefährlich ist da das hat natürlich auch keine beweise die 100.000 gesagt fast die hälfte der ukrainischen armee werde dort stationiert ach so genau jetzt stimmt also die über 125.000 genau da ist aber auch nichts weiter dran oder an der grenze also am dornbas hat sie gesagt die hälfte der ja ich meine da gab muss ich ehrlich gesagt sagen habe ich jetzt nichts ob das ob das stimmt ich meine das ist absolut vorstellbar ich meine ich meine die das war ja schon im märz so als diese letzte große krise war da waren ja auch die waren also die bewegung gab es ja diese russischen manöver an der die auch schon mal sagen in der nähe der ukrainischen grenze war also jetzt nicht direkt an der grenze aber und dann gab es eben auch von der viele videos die bestätigten dass eben die ukrainer schwere waffen richtung donbass fuhren das war auch so ich meine das lässt sich immer alles schwer wirklich verifizieren also ich meine es gibt noch eine andere sache die auch da noch rein spielt jetzt in diesen diesen konflikt also ist praktisch dass lukaschenko sagt die ukraine hat 10.000 soldaten an die weißrussisch ukrainisch weißrussische grenze geschickt also er fühlt sich also von denen ukraine auch schon bedroht und und hat jetzt angekündigt heute in einem riesigen interview was der russische fernsehkanal das hier ausgestrahlt hat dass er auf jeden fall die krim besuchen wird und hat er so verklausuliert gesagt dass wenn zwei präsidenten also ich mit putin da auf der krim bin dann dann heißt es dass ich die auch also hat er so nicht direkt so gesagt aber dann erkenne ich die krim als russisches gebiet an das ist auch eine neue situation weil sagen also die rolle von lukaschenko war ja er hat diesen minsker friedensprozess 2014 begonnen in minsk in der stadt minsk hat war der vermittler sozusagen und hat sich hat eine neutrale position bezogen und hat doch also hat auf jeden fall nicht die die krim als russisches gebiet anerkannt jetzt will er diesen schritt also machen und hat auch gleichzeitig angekündigt er würde praktisch würde auch russische waffen also neue waffen da aufstellen wenn das wenn das gewünscht wird also zur verteidigung hat noch mal darauf hingewiesen ist gebe ja eine gemeinsame luftabwehr zusammen mit russland und hat die waffen also s 400 s 500 also diese luftabwehr systeme erwähnt und hat auch was von atomwaffen gesagt die möglicherweise in die in weißrussland stationiert werden wenn in polen sowas kommt ich meine das ist natürlich schon ja also das ist ehrlich gesagt also ist diese beiden blöcke stoßen mal sagen immer mehr aufeinander wobei sei er die kleinsten nicht geschossen aber es mit deutsch sind sind zu den kleineren staaten sowie weiß russland die sozusagen produzieren oder ukraine oder polen die natürlich sozusagen die großmächte hinter sich ziehen wollen und eigeninteressen durch sind und da könnte es tatsächlich gefährlich werden die ukraine sagte sie hätte die soldaten an die grenze nur deswegen gestrickt um mögliche migranten abzuwehren also es würde sich nicht gegen weiß russland richten naja also also ich weiß auch nicht die ukraine hat hat ja die jetzt nicht so eine große armee also oder noch nicht so eine kampferfahrene armee und für die sind schon 8000 10.000 soldaten die da angeblich an der weißrussischen grenze sind ist das schon mal sagen erheblich also sollen 8500 sein und und ich der eindruck ist eigentlich eher die ukraine will an polen anschließen weil polen hatte da viel erfolg jetzt mit der mit der abwehr von migranten also dem als hybriden krieg erklärt und die migranten wurden dann zu waffen mehr oder weniger im dienste von lukaschenko und da will sich offenbar die ukraine auch ein bisschen dranhängen und sagen jetzt selber die bedrohung aufzuspülen dass die migranten jetzt über die ukraine nach europa gehen wollen also das ist glaube ich der hintergrund naja aber ich meine das hätte man natürlich auch alles mit gering also mit geringeren also mit luftüberwachung mit was weiß ich verstärkten grenzschutz ob man dafür jetzt 10.000 soldaten braucht das ist schon die frage es ist auch bei polen die frage ich mich hat das sehr stark eine symbolische symbolische wirkung und ich meine auch diese diese zone die es da gibt diese rote zone in polen wo kann journalist rein kann das ist schon also beängstigend finde ich also dass ja dass da in diesen zonen was da passiert weiß man nicht wie viel gräber also für gräber das schon sind und und wie die leute da vegetieren die sich dadurch geschlagen haben also gestern wurde gemeldet 400 flüchtlinge oder sogar 600 hätten es wieder geschafft also in russischen medien und also wie ab die dann ab die dann da wirklich organisiert empfangen werde oder ab sie da so weiter sozusagen auf der flucht sich verstecken müssen und wochenlang irgendwie an irgendwelchen lagerfeuern jetzt haben wir jetzt hier schon moskau haben wir schon minus sechs grad also das ist schon ziemlich ziemlich hart also jetzt könnte ja sein dass wir wieder auf den größeren konflikt zurückzukommen dass moskau und washington den sozusagen etwas steigern um es ist wollen sich ja beiden und putin noch einmal treffen dass darüber so sagen auch gewisse vorlagen gegeben werden dass es dass man so druckmittel aufwände jetzt ist wenn es da ist könnte was dann sein also ich weiß nicht ob das nun wegen so einem treffen also ich meine das ist einfach eine tendenz die also in diesem jahr ist das zweite mal dass sozusagen der vorwurf erhoben wird russland will die ukraine angreifen und ich meine also ich finde ich finde also ich glaube der ursprung dieses dieser ganzen geschichte ist eigentlich die sanktionspolitik also russland sieht eigentlich diese sanktion und auch vor allem der die nicht zertifizierung der nordstream 2 sieht es so als solchen affront dass man sagen und diese hartnäckigkeit mit der gegen russland da sanktionsmäßig gearbeitet wird dass das sozusagen jede motivation irgendwie jetzt nur noch von unseren partnern zu reden im westen oder irgendwie mit diplomatie da auf die diplomatie zu setzen dass diese motivation scheint irgendwie zurückzugehen die worte werden immer schärfer also also auch eben von russischer seite und jetzt wurde ja auch schon konkret war es ja so konkret war es ja so dass das normandie format stattfinden sollte dass russland gesagt hat wenn das ergebnis dieses dieses treffens nicht ist dass das ein direkter kontrakt zwischen kiew und den volksrepubliken der netz nur ganz hergestellt wird da hat dieses treffen keinen sinn wir machen da nicht mit und dann haben sie die russen diese ganze korrespondenz veröffentlicht also zwischen paris berlin und moskau was absolut unüblich ist und im diplomat in der diplomatie und das ist ja alles schon zeichen also das wird wirklich einer das ist wirklich an der grenze des des überhaupt noch vorstellbaren also und ich meine die ich bin eigentlich ich habe mal so überlegt heute also wir hatten ja wir haben ja im kalten krieg lange gelebt also von von 1947 bis bis 1969 das waren ja was weiß ich wie viele jahre 40 jahre und da gab es auch kuba krisen und alles mögliche und die leute auch unsere eltern und großeltern haben auch kriegsgefahr schon ist mir irgendwas besonderes zu sein also also praktisch eine unversöhnlichkeit und eine vor allen dingen an an vielen fronten also zu vielen fronten ökonomisch sanktionen flüchtlinge waffensysteme die neu stationiert werden gut das einzige positive ist dass das dass dieser vertrag über strategische waffen verlängert wurde für fünf jahre also rüstungsbegrenzung zwischen usa und russland aber naja sehr sehr bedrohlich naja es ist ja wahrscheinlich sogar weniger dialog vorhanden als im kalten krieg die in der nato mission diese auch schon beendet worden nachdem die nato einige mitarbeiter der russischen mission ja nach moskau zurückgeschickt hat hat moskau gesagt das kann man jetzt gleich einstellen gerade wurde wieder klar dass die usa 60 botschaftsangehörige aus den usa denn das visa nicht verlängern die müssen dann auch raus moskau wird natürlich entsprechend antworten und auch die amerikanische botschaft entsprechend verkleinern also da findet immer weiter eine schrumpfung statt und eigentlich eine beendigung des dialogs und jetzt haben beide blinken und laufer natürlich dauernd von dialog gesprochen der den sie beide haben wollen ist es dann mehr als rhetorik die nato sagt ja auch immer sie müssen aufrüsten aber natürlich ist alles offen für den dialog mit russland aber es wird nie ein schritt dahin gemacht und wie wie sieht denn das im von russland aus in der bevölkerung eigentlich aus über das überhaupt wahrgenommen diese diese spannung die da herrscht na schon es wird schon wahrgenommen also ich meine die russen sind irgendwie ich habe das gefühl dieses leichte panikgefühl was in diesen situationen aufkommt also ist in deutschland viel stärker als in russland also was also die also die russen haben einfach schon zu viele kriege auch in den letzten jahren erlebt und zuspitzung und wirtschaftskrisen und so weiter aber ich meine also dass es gibt natürlich jetzt auch nicht mehr so eine offene diskussion für wie vor in den medien wie vor was weiß ich sechs jahren zum beispiel sieben jahren also weil einfach weil einfach schon es gibt schon gewissen druck auch also gegen leute die es gibt zum beispiel auch linke in russland die die zweifeln das an also die die machen sich lustig über diese ganze in anführungsstrichen soll ich mal sagen also die diese propaganda das ist eben ein das jetzt einen krieg gibt also heute habe ich zum video gesehen von einem linken der hat dann so ein bild gebracht also aus dem video außen von diesen kriegen also aus dem was weiß ich mittelalter wo denn die leute die die armeen sich ihre ärsche gegenseitig gezeigt haben um um sich abzuschrecken also bevor sie dann den krieg gezogen sind sozusagen diese diese naja es ist sehr merkwürdig also die ich meine die der normale russe ist natürlich patriotisch eingestellt und ist ist es eigentlich leid dass dass die nato also einfach russland ja doch irgendwie auf der nase rum tanzt also also eben sich ausdehnt nach nach osten das ist ja auch und ich glaube auch viele liberale den passt das auch nicht also ob man mit allen allem was sozusagen vom kreml kommt einverstanden ist also vor allen dingen in politisch das ist eine andere sache aber ich meine diese außenpolitische frage da ist sind die russen doch sehr einfach patriotisch also gut dass das kann man natürlich nur aus persönlichen gesprächen so mitkriegen weil es gibt hier keine kundgebung zur zeit oder keine demonstration sowieso nicht also noch mal ganz kurz zurück bevor wir aufhören auf ein zentrales thema sind ist ja immer das münzga abkommen also wie kann man praktisch die ukraine frage lösen es hat ja schon selinski der ukrainische präsident gesagt also wir müssen jetzt endlich in den dialog mit russland eintreten das klingt dann auch fast so als könnte man dann die krim vielleicht eben auch so als thema belassen aber russland hat eben gar kein interesse daran an einem gespräch mit kiev sondern will ja dass kiev mit den volksrepubliken spricht ist da überhaupt irgendwas in bewegung zur zeit dass da irgendeine art von verständigung zwischen kiev und den volksrepubliken stattfinden könnte also dass der münzger münzger abkommen wirklich umgesetzt werden kann also das halte ich für für ausgeschlossen also also ich meine selinski kann man politisch ist nicht so für als ist eigentlich kein politisches schwergewicht also der ist irgendwie abhängig meiner ansicht nach von sehr stark auch von den usa und also und er wird 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 also diesen verschärften kurs also wird sie zieht er mit letzten endes und selbst wenn er sieht dass es sehr schwer wird war jetzt zum beispiel die hat jetzt heute oder gestern sollte ganz angeblichen staatsstreicher sein angeblich der oligarch rinath achmetow würde angeblich im untergrund wühlen sozusagen da müsste man extra darüber sprechen weil also ich meine die lansky will eben diesen nach meter irgendwie die medien entziehen die er hat und ihn auch stärker besteuern in kolomäuski wieder nicht so stark besteht oder gar gar nicht für seine rohstoffe dir in der ukraine da gibt es eben tatsächlich auch einen inhaltlichen streit und aber ich meine es ist einfach so die usa und auch silensky die wollen praktisch die sagen ja der krieg russland führt in im donbass krieg und putin sagt da leben menschen die sich zu uns zugehörig fühlen aber wir führen da kann krieg und wir haben da keine truppen das heißt also wenn wenn der konflikt gelöst werden kann kann nur gelöst werden wenn wie es gab kommen festgeschrieben dort waren stattfinden dann die truppen abziehen und ist kiew doch netz und lugans wenn jetzt ich glaube nicht dass putin also ich glaube putin ist schon bereit zu einem treffen mit selensky aber nur wenn das dann auch dabei rauskommt also wenn sozusagen absehbar ist dass kiew am ende dieses treffens wenn es irgendwie da ein signal gibt also einfach nur sich mit selensky treffen dass das glaube ich nicht dass er das macht weil dadurch könnte eben als ja ich habe also mit dem mit dem anführer der okkupanten mit der mit dem aggressiven russland gesprochen und habe versucht ihm klar zu machen dass er nicht einen eingreifen darf militärisch also so würde er das ausschlachten und da hat kann also der kreml kein interesse daran haben deswegen glaube ich nicht dass er unter den heutigen bedingungen darauf eingeht wie sieht man interessant ist die die oppositionspartei in der ukraine die russlandfreundliche die ist für so ein treffen also hat sie gesagt selensky und putin aber sie ist natürlich also sie ist auch dafür dass lugansk und donetsk mit kiew an einem tisch setzen jetzt ist ja immer die normandie format so eine große instanz gewesen deutschland frankreich russland und ukraine jetzt haben wir eine neue außenministerin bald im amt die ja nicht besonders russland freundlich ist also gibt es da schon irgendwelche reaktionen in russland oder in der ukraine auf die auf diesen politischen wechsel in deutschland also das habe ich ich habe gehört in radiostation soll über baerbock schon informiert worden sein aber auch über die neue regierung aber jetzt in den zeitungen sehr wenig also erstaunlich wenig also man man die die viele deutsche die sozusagen russland freundlich eingestellt sind die sind geradezu schockiert warum sagen die russen nicht zu baerbock also das kann sein dass es auch mal sagen im kreml da vielleicht sogar unterschiedliche meinungen gibt also solange diese bergock nicht im amt ist die regierung nicht im amt ist die neue dass man sozusagen nicht unnötig porzellan zerschlägt und auch vielleicht dass man nicht 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 sich dem vorwurf aussetzen will irgendwie russische einflussnahme auf die regierungsbildung aber das ist vielleicht sogar das allerwichtigste dass man diesen vorwurf also nicht dass man dem sozusagen die jede grundlage entziehen will dazu kommt vielleicht einfach dass deutschland ist für russland wahnsinnig wichtig also weil deutschland ist die größte macht in stärkste macht in europa und was die gesamte ökonomische militärische situation und wie das verhältnis von europa westeuropa zu russland wird wird letztendlich durch deutschland bestimmt also sehr stark sind und da will russland irgendwie nicht unnötig mal sagen ist zu meiner interpretation also wobei es tausende gründe gebe porträts über diese frau werbeck zu machen also was sie überhaupt in ihrem was ist überhaupt so eine frau ist ist eigentlich unbeschriebenes blatt also also gut ich meine die russen sind auch so dass sie in der diplomatie dass diese diplomatie auch sogar die medien reingeht das heißt dass man also mit äußerster vorsicht also kommentiert über fremde staatsführer und also das ist einfach sehr könnte man fast sagen sowjetisch dass man da sozusagen keine keine empfindlichkeiten auslösen will also nicht so wie im westen wo man sozusagen über alle also dass merkel da nun sitzt mit dem mit dem hund von putin und sich angeblich geärgert hat solche kleinigkeiten würde würde man eine russische presse nicht finden weil das einfach sozusagen intern da sind die man nicht also zum beispiel dieses baerbock mit ihrem buch was sie große teile abgeschrieben hat oder ihre sie gesagt hat also sie wäre hat da eigentlich vorzuweisen solche sachen sind natürlich erklären also ich meine wie soll man wie soll man wenn man also als journalisten porträt über bergock schreibt wie soll man soll man das schreiben es gibt ein porträt habe ich in der kommstum holzger prav da gelesen das ist tatsächlich das sind diese ganzen sünden von bergock aufgezählt und und das ist schon aber das ist noch nicht so der sagen da kann ich sagen dass es typisch ist jetzt für die also die das also noch vielleicht als eine wichtige information das vielleicht sogar das wichtigste dass die es gibt zwei experten also vladyslaw vela vom stellvertretender leiter des europa instituts der sagte praktisch also diese bergock hätte absolut keine erfahrung wir keine diplomaten und ein zweiter mann slutsky leiter des internationalen komitees der duma der sagte er hofft also es könnte schlechter werden in beziehung zwischen russland und deutschland aber er hofft dass die dass dieses außenministerium unter bergock eben nicht die politik die außenpolitik bestimmt sondern das kann kanzleramt unter scholz und das ist praktisch so eine kleine hoffnung dass er auch dann gesagt hat ja also mit den sozialdemokraten hatten wir eigentlich immer die besten beziehungen unter sozialdemokratischer beteiligung also im kalten krieg also und als sowjetischer zeit und auch danach aber ich meine gut es gab den jugoslawien krieg also den hat er nicht erwähnt aber da gab es auch starke spannung zwischen russland und deutschland also da war das auch nicht so doll obwohl der sozialdemokraten mit den grünen aber ich meine es ist ja es ist schon schon auffällig dass der russland sich noch immer zurückhält in der bewertung ich meine es gibt so viele fronten in denen russland zurzeit sich wehren muss und da nun mit mit der neuen regierung der irgendwelche groß obwohl die noch gar nicht im amt ist noch große bewertung abzugeben dass das haben sie sich erst mal also haben sie erst mal aufgespart also wenn es wirklich also konkret wenn es mit der nord streams zwei wenn die bergock da sozusagen da quer schießt und es gibt ja auch im koalitionsvertrag gibt es da kann keinen einzigen satz wo dies dieses pipeline erwähnt wird es wird steht da nur drin praktisch dass das nach europäischem recht entschieden werden soll das könnte schon heißen dass in dass ein gericht also unter eu auf sich dann dagegen ist weil es praktisch ja die eu ist ja eigentlich doch schon traditionell eher eu kritische russland kritischer als berlin bisher war und von daher ist so eine erwähnung dass europäisches recht es entscheiden soll also könnte man sagen verstößt gegen wettbewerbsbedingungen ist nicht offen für andere anbieter die die pipeline auch noch nutzen zum beispiel solche bedingungen könnte man dann stellen und naja also na gut wir werden sehen neue regierung wird ja bald drankommen und wir werden ja sehen ob sich aus dem ersten gesprächen zwischen den beiden außenministern irgendwas ergeben wird ob der putschplan in der ukraine doch noch ausgeführt wird es ist auch so ein phantom auch so ein phantom gewesen denke ich und wir sprechen uns einfach nächste woche noch einmal und gucken was aus den ganzen fähigen geworden ist danke dir erst mal wünsche ich und bis zum nächsten mal